ja damit hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft aus dem modium was sie bett das ist auch wieder mit dabei und gleich müssen da ja machen aber ich muss auch na toll bei die schokoladen bienen ich komme ich komme und unten ich brauche gerade ein bisschen aus die typische bliebte fliegen machen wir so viele bilden ach weil ich sie gerade da sind wieder ein paar wie konnte man denn noch mal Ich kann mir nochmal diese ganze To-O-Punkte mitmachen. Ah! Oh! De, 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 de! Denk damit! Öööö, was ich auch geboren habe. Also vielleicht noch mal kurz was zu essen mitunternehmen. Das wäre vielleicht noch mal sinnvoll. Essen. Habe ich noch was zu essen mit dabei? Warte mal. Ich werde doch die ganze Zeit gefüttert. Also eigentlich hätte ich gar nicht umgebracht bleiben können. Okay. Meinetwegen können wir anfangen. Okay. Okay. Ja, die noch vorlag hier. Geht damit. Weg mit den Scheiß. Weg mit dir. Aus mit dir. Aus mit dir. Geh weg. Niemand will dich. Geh in dein Club. Oh. 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 Wo man die ganze Zeit den Schwiegel kriegt. Oh ja. Hä? Geh in deinem, ein Schwiegel. Oh. Oh. Was ist der eine Schwiegel? Wo? Ich seh hier überhaupt gar nichts, was sind die Munzer hier, was sind die durcheinander? Jaaa, du hast ja ne oder du hast bestimmt deinen Magneten wieder an. Ja, wieso was brauchst du? Lies of Fate, Run of Air, Run of Summer, Run of Creed, alles was daraus kam. Ich glaub die hier kam raus, das hier, das hier, das hier, das hier, das, 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 das hier, das das hier, 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 das, mehr kann man glaub ich nicht raus. das ist schlecht ja ich brauche immer den den obergroß sieht bei den bekomme ich nur von den geierboss 2 wenn überhaupt mal das kann auch noch weg das kann auch noch weg weg was soll ich fokuss an wir brauchen immer noch eine sie sind da da ist fast 150 gehabt so wie du meine diezen sind ich denke ich brauche ich die neuen schüsse denn das ist dieser schlüssel ja ja wenn du dann vom botanien den ring mal da machst und den aufhills dann kannst du magie schwerter verschießen das sind diese die du dann aufladen kannst dann kommt dann 16 magie schwerter hinter dir und die werden dann abgefeuert dann habe ich auch alles geschossen was da war stimmt da kam ja immer diese blühen worden da vorbei ja ich erinnere mich die holen waren echt katastrufe so also so so wie viel haben wir noch 461 haben wir haufen weil sie schuld wollen das ist auch ziemlich voll schwung wo wir schon so eine große gesamte ja ich weiß ich soll nicht nur oder bist du schon tot ich starrte nur noch so in die luft bei der berlin muss man kurz hin das ist sowieso nichts warum kommen die denn hier aus a fake fake psychotropic kreuzig die 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 Blutroni geht gut, okay. I'm waiting for the server, this is a bit fast in the eye, ich will immer da raus. Why are you eating? I'm waiting for the off here. Oh man, this is the internet. 300 immer noch. Man. Ja, internet. Das kann man irgendwann mal einen Rucksack leer machen. Mein Rucksack muss leer. Ja. Ja. Das ist ja vorsichtig. Ja. 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 Tolltoll. Dann fangen wir noch mal kurz schnell. Schnell in Anführungszeichen. Der kann raus, der kann raus, der kann raus. Warte mal. Und der kann weg. So. Der kann auch weg. Ja, das hat schon gedacht. Da kann man auch noch reinpacken. Wo ist denn auch viel? Okay. Okay. Du komm, mach doch auf. Okay. 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 Gehst du jetzt mal wieder auf? Keine Geduld dafür. Ja. Ich. 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 Die kannst. Die kannst du gerne bei dem Fuß. Ah. Uah. Uah. Unpah. Unpah. Wo oh. Ja. Ich mach mal wieder von oben herunter. jetzt 87 das ist gar nicht gut gleich kommen die bienen raus und ich kann sie nicht fangen weil ich fest hänge wenn ich andere seite geht das das ist die spinn gerade ganz und gar um ich fall immer wieder aus großer ich brauche doch nur die eschämie du musst gleich bienen fangen dass wir überhaupt noch hören ja okay das ist die das ist die die brauche ich brauche ich bitte 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 es muss noch einmal klappen dass ich die anklicken kann jetzt sind die da wieder reingegangen ist ja gar keine die ist zu schießen 1.300 1.200 gar nicht wieder das ist ein Keine Rückmeldung? Ja genau, die brauche ich. Aber wenn die da im Nest drin ist, dann geht sowieso erstmal nix. Aber es lädt und lädt und lädt, das passt hier gerade rein gar nix. Keine Rückmeldung. Keine Rückmeldung. Ja. Oh, ich hab sie. Nice. Ich hab noch eine Schokolade-Mining-Beep für dich. Ja, die kannst du auch wegschmeißen. Copper. Eschi und Rosalino. Hey. Du putzt ein bisschen... Changer. Okay, jetzt passiert hier gar nix mehr. Oder kommt ja immer nur Copper. Hello. Ah, jetzt haben wir. Okay. Alles Leid, das war denn diese Folge. Wir sehen uns denn in der nächsten. Tschüss.